In diesem Video erzeugen wir gemeinsam mit VisualScripting ein parametrisches Sweep-Objekt. Zuerst öffnest du Teilbild 221 mit dem vorbereiteten Querschnitt. Nun wechselst du zum Reiter Benutzerobjekte und wählst VisualScripting aus. Jetzt beginnen wir gemeinsam mit der Eingabe der Nodes. Für die parametrische Sweep-Funktion benötigen wir vier Nodes. Bis zum nächsten Mal. Diese werden miteinander verbunden. Denk daran die Option Modellobjekt erstellen auf dem Knoten Sweep XY Section zu aktivieren, sonst wird nur eine Vorschau, aber kein Objekt erzeugt. Jetzt probiere es doch mal aus. Nachdem du Start gedrückt hast, sagt dir die Dialogzeile unten links Schritt für Schritt, was zu tun ist. Nun räumen wir noch etwas die Alplan-Palette auf, damit alles übersichtlicher wird. Jetzt spzeugen wir noch ein bisschen Entいい, dann doch mal aus. thisライbast ist das Index durch bis zur Eingabe der Nodes. immer die Schweden, wenn man die Schnelle Teilebild öffnet, sind wir gleich genau aus. Bis zum nächsten Mal. Starte neu, um die Palette zu aktualisieren. Jetzt speicher das Skript und schließe es. Musik 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 Starte das Python-Part mit Doppelklick auf das Objekt. Jetzt kannst du den geänderten Querschnitt übernehmen, den Pfad neu erzeugen oder anpassen. Musik 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 Musik